Oh, ich hab mich gerade erschreckt. Ich bin hinter dir. Okay, der ist im Blue, im Blue war. Blue, ne? Okay, ich bin leise. Oh nein, 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 ich hinter der war. Hä, der war gerade hinter der war. Oh, war das eine Clay, in die du reingelaufen bist? Ich? Ich? Ja. Sunny, das war eine Clay. Guck mal, hier dieser Umriss. Also hab ich den Arsch rüttet, yes. Ich darf hier. Nein, die ist rausgerannt. Ich hab Richtung B die kennt. Nein. Warum B aus? Die ist wieder, die ist aus, die kommt zu dir, Jäger von rechts. Die ist aus, die push langsam, ist hinterm Desk, hinterm Desk. Bei A, hinterm Desk bei A. Ich könnt die pingen. Linke Seite. Er hat mich long, hinterm Desk. Äh, B drin. Planted. Außen ping, außen ping. B, auf B ping. 5 seconds remaining. Nice. Sehr schön. Sehr gut gespielt, Digger. Sehr geil gespielt. Wir hatten 2-0-Control gewonnen. Das war richtig. Geil gemacht. Das war Bilderbuch. Ich hätt nicht droppen dürfen, wenn mein wäre. Aber hab noch Probechen gemacht. Passt. Ah, das war schön. Magnet deployed. Magnet online. B ist drin. B ist drin. Er steht. Ich hab die Ivana. Die drohen mich immer noch. Einer vom Plüsch. 100%. Oh mein Gott. Good job, my friends. Oh mein Gott. Glück durch den Killer. Richtig dreckig. Oh. You took damage. You took damage. You took damage. You took damage. Detonating. You took damage. Cover me. No. Oh my God. What the. Good night. Disgusting. Freyfried boys. Freyfried. Nicht mehr. Ach Lizard. Ich denke übermorgen oder so. Vielleicht. Wenn du's hinkriegst. Ich hätt das auch gemacht. Aber der Vikanix hat so nett gefragt. Dann machst du halt nix. Komm. Umgekehrte Psychologie. Ich so. Please don't bang Mira. Wer ist weg? Mira. Schon gesagt. Mama mia. Marco Frigandello de la Guacamole. Marco Frigandello de la Guacamole. Go and go get it. Go and go get it. Wo bin ich eigentlich so? Meine Eltern haben mich irgendwie falsch erzogen. Was hast du das denn echt gemacht? Ich glaub dem die Grani erzogen. Ja macht's nochmal. Ich wünsch ich hätte noch eine. Warte ich hol die andere. Sie ist auch zu. Hat's nicht geschafft. Sie ist zu. Warte. Sie hat aber noch n'n Schalt. Komm mal. Boah Junge. Zweites Ace. Den kenn ich nichts. Es ist zu oder weg. Ne ne. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Ich bin wirklich verballert. Brase. 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 Das ist so ihr spielt diesen Spiel. Der Maestro will mich so weg machen. Team killen. RELOADING CARRIE. 1 40 für Cowell. Das war der. Ist tot? Ja. Dräuying Magnet. Remind Defensor. ok eine eine ist wie ich glaube ich bitte nicht wenn ich vor blackbeet hat ein schild und als außerhalb von dir ich habe das in der cam gesehen du bist so ein bastard alter ich glaube es drin oder Ja, ist drin, ist drin, ist drin, ist drin, Howey vielleicht, links von dir Howey, ok. Ne, ist tot. Schon nicht so gut. Dass ich auch nur drauf reinfällt ey. Die Apt dauert auch hin so, hallo. Alles klar, super. Ich will mal sehen, wie weit das Gewicht runter geht, wenn ich abnehme wieder. Nico. Wahrscheinlich werde ich auch scheiße den Muskel verlieren. Stell dich mal vor dieses, vor dieses Wundo hier. Genau hier hinten, guck mal raus. Und dann bewegt dich gar nicht, ok. Bewegt dich null. Wir sind hier oben. Weiter rechts war auch noch einer. Ja. Warte, ich hab kurz in den Mädchen kommen. Ich mach jetzt Tag Team. Oh shit. Oh, da hinten ist Kai. Kali. Da hinten war Kali. Ja, Kali ist da. Und hier oben ist der Thatcher oder was. Ah, genau den hab ich halt gesucht. Ne, ist der Thatcher. Gmb gerade im Windows auch. Yellow? Ah, nicht nur Yellow Sers, glaub ich. Ja, Yellow Sers, Ash. Merrick ist da auch. Ich glaub, ich klingte mir langsam Yellow Sers, aber ich glaub, das macht der gerade schon. Aua. Ich bin gleich tot. Merrick. Ich liebe es, dass man so Claymores ausdeutschen kann. Das ist das Beste, was man machen kann. Ich schwöre, das ist das Beste. Das ist so feilfett. Also jeder, der sich auf Claymores vertraut, der muss eigentlich direkt einpacken. Claymores sind so instabil. Man kann die einfach so easy ausdeutschen. Seht ihr? Ja, ich hab' schon mal einenusiast, der sich gar nicht ausdeutscht. Also jeder, der sich ganz stark über einen